Was ist die zunehmende Aggressivität? Das falsche Spiel geht weiter, doch die Grenze ist überschritten Jüdische Linke werden Opfer von Übergriffen Werden zu Unrecht beschuldigt, bedroht, diffamiert Vorn an die deutschen Rechten ohne Einspruch, dransaliert Und das in Deutschland 2017, wie kann das sein? Duisburg, Essen, Berlin, Frankfurt am Main Innenklarsch auf Civilizations, an die mit Kampfbegriffen Kritisches Denken wird verbannt und angegriffen Deutsche Kids jagen Kinder und Enkel von Opfern der Shoah Ditfurt befeuert den Mob twittern vom Sofa Ja lest doch, was sie schreiben, schottet ihn schon doch ran Die Folgen fragt, verlegert Papé oder Zuckermann? Deutschlands Geschichte kommt zurück wie ein Bumerang Ruhrbarone heizen, die Treibjagd noch jubeln Da realerfahrung kritischer Juden sind nicht relevant Ausrückung eklatant, schauen wir uns die Täter an Die Koalition ist groß, von Jungle World bis zur Springerpresse CDU-Bürgermeister malt mausch in der Hitlerfresse Neokonservative fanatisieren Man ist macht trunken und man kann kassieren Denn sie selbsthassende Juden betreiben Hexenjagden Sie wissen ganz genau, was sie durch ihr Hetzen starben Die letzten linken Medienreaktionen, Namen und Zeugnis Der eine Teil guckt bewusst weg, der andere leugnet es Prima, so wollt ihr euch emanzipieren? Durchlegen, Rezipieren, durchschikanieren Alles Einzelfälle, kannst ja Jackie Walker fragen Guckt ihr euch an, die hier Lünchhozis gefordert haben Sie nennen mich Verräter an meinem Volk Sie nennen mich jüdischer Antisemit Weil ich spreche von dem, was sie tun in Israels Namen Gegen Palästinenser, gegen Araber anderer Länder Und auch gegen Juden, die totgeschwiegen werden Linke sind entsetzt über Apartheid, sag mal wo das herkommt Werft es anderen vor, bildet selber eine Querfront Kennt euch aus mit mächtigen Waffen, kriminalisiert Gehst du's auf der Status, Ziel ist an die Ziel Sprechen von irrem Hass auf Israel und Verleumden AfD, FPÖ, ja man ist unterfreund Und auf dem CSD teilt man auch mal Schläge aus Grüne, SPD, Linkspartei, da sitzen die Täter auch Queere Aktivistinnen aus Israel und Palästina Als politische Subjekte macht man sie lieber nieder Als stille Opfer waren sie jahrelang sehr genäht Doch Palästina Solidarität wird nicht gern gesehen Soll die Israel stärken, doch treibt es in den Abgrund Spuckt auf linken Konsens der Gleichheit, wenn ihr den hasst Doch mit Fanatismus ist keine Politik zu machen So ist Politik nur hassen, Krieg und Waffe Rechts guckt der Antisemitismus, Kritik und nebenbei Antikommunismus ist schick Regressive Bewältigung der Vergangenheit Zeigt sich im Gedankengut, indem ihr gefangen seid Bellizistisch, rassistisch, fremdenfeindlich Ihr nehmt euch links in Wahrheit, bekämpft ihr das Seifrich Verhöhenwerte wie auf Klärung und Menschenliebe Geister wie ihr Plan schürt und lenkt die Kriege Lieber Mosche Zur Zeit der Verleumder überschrieb Erich Fried vor einem halben Jahrhundert sein Gedicht Nicht ahmend, dass zu den Verleumdern heute Die Wissenden Dittfuz und ein offenbar unwissender Bürgermeister gehören könnten Die nicht in der Lage zu sein scheinen Zwischen der Kritik an der israelischen Regierung Und der Verteidigung von menschlichen Rechten auf Leben zu unterscheiden Sich darüber hinaus anmaßen, als Deutsche darüber zu entscheiden Wer als Jude zu akzeptieren ist Und das in der Stadt mit der Paulskirche Der Wiege der deutschen Demokratie Statt für Solidarität, kämpft ihr für das Recht die Stärkeren Schwerter klingen, ihr unterstützt die Herrschenden Legitimiert Gewalt, Krieg, Ausbeutung, Armut, euer tödliches Saatgut Findet auch durch deutsche Staat Wir nennen sie jüdische Antisemiten, Alibi, Juden Unerträglich die, die über diesen Wahnsinn noch jubeln Meokons nimmt die Hände weg vom Davidstern Ist Israel, der Ausklärungsverrat ist der wahre Kern Diskussion mit kritischen Juden, wollen sie verbieten Gewalt an Drohungen, Reden, Verbote von Eliten Hass statt Denken treten auf die, die unten stehen Wagt es den Begriff, Kommunist noch in den Mund zu nehmen Wo sind die Stimmen, die Alarm schlagen, aufschreien Jetzt heißt es laut sein, Stopp, sagen und laut Nein Ja, ein falsches Spiel, guck wie sie üben Sie lügen wie gedruckt, doch wer druckt ihre Lügen Dich zitierend Wer meint den Antisemitismus bekämpfen zu sollen Vermeide es vor allem Israel, Judentum und Zionismus Mithin Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik Wahllos in seinen deutschen Eintopf zu werfen Um es je nach Lage opportunistisch zu verkochen Und demagogisch einzusetzen Dir, den mit dir referierenden und den euch zustimmenden versammelten Solidarische Grüße Herzlich, Esther Becerano und Rolf Becker 10. Juni 2017 10. Juni 2017